Und ich freu mich jetzt wieder ganz besonders hier Studio Gäste begrüßen zu können. Außen sitzt der Chris in der Mitte, der Neil, die Pet Shop Boys sind da. Hi guys. Hello. I guess you knew Single Suburbia was inspired by a film, is that right? Yeah, it was inspired by a film we saw called Suburbia. Lived or not. No. Which is made by an American woman director. And it's... Oh, go on. Go on. Okay. Okay, and it was about these poems that live in a decaying suburb of Los Angeles. And we just liked the film. Yeah. Also tatsächlich ist die neue Singer Suburbia von einem... Also sie haben sich inspiriert gefühlt von einem Film, der in Amerika gedreht wurde. Und da ging es wohl um Punkerklicken in irgendwelchen Vorstädten. Und beiden hat der Film gut gefallen. Ich weiß allerdings nicht, warum sie so darüber lachen. Aber vielleicht erklären sie uns das später. Would you mind announcing your new video? It's a new entry on 68 this week in the German charts. Well, here's our new video. It's for Suburbia. Nach der aktuellen Nummer 11 aus unseren Charts ist jetzt eigentlich die Zeit gekommen, die Pet Shop Boys nochmal kurz zu befragen zu deutscher Popmusik. You know, in Germany we are really influenced by English and American music. But you in England, do you know any German Popgroups? Well, I like Kraftwerk. Kraftwerk? Yeah, something like it. You, Chris? Yeah. I like modern. Ich glaube, das hätte Modern Talking werden sollen. Das haben Sie mir nämlich vorhin schon erzählt, dass Sie Modern Talking gut finden. Aber, thanks for being here. I mean, it was very amusing, I guess. Haben Sie hier schwer amüsiert. Ich freue mich auch, dass Sie da gewesen sind, die Pet Shop Boys. Wir kommen zu den deutschen Top 10.